fleisch gehabt sechs stück für drei holz richtig 4 auf jeden fall noch mehr stick nur ein stück komme ich nicht mit weit die wissens da ist immer noch ein mensch aber schneller das ist gefährlich die dauert Zack, zack. Oh, jetzt hab ich im falschen Gesetz. Egal. Äh, Jung-Jum-Jum-Style. Cool, dann krieg ich noch mehr hin. Zack, zack, zack. Ich schau, das ist kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Ja, die Schaufel ist kaputt. Das macht er gerade unten Kohle. Kohle ist richtig, ne? Da kann ich eigentlich mal vorbeischneiden. Und zusätzlich könnte ich mir eine neue Axt machen. Da kann ich den erst mal produzieren lassen. Das sieht's mit meinem Panel aus. Das ist eigentlich am... Das sind meine Produktion, also schön. Wenn dann noch mehr draus sitzt, dann freue ich mich noch richtig mehr. Dann geht die Sache richtig los. Dann, wie wenn das Dach voll ist. Das ist dann fleißig hier im Kummer. Hält sich aber gut. Ja, Wasser. Ja, Wasser. Coldass, wie waren wir bei Coldass? Ja. 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 Das muss ich auch noch irgendwo herrühren. Ich muss hier meine Wüste einmal reinlaufen, wenn ich mein Bigpad auflade. Ich kann irgendeinen Kompressor oben draus setzen. Ja. Ja. Ich wollte mir, äh... anderes Material holen. Hier so. Da, 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 da. Zwei Äxte reichen aber vollkommen. Den heutigen Tag. Neue Äxte. Soviel ich eigentlich auch mag. Keiner ist irgendwie. Philosophie. Hakuna, Ma und Tata. Ich mag kein Tata. Boah. Aufstoßen. Dieses Licht blendet mir im Gesicht. Das mag ich nicht. Also, klopke ich nicht. Hakuna, Ma und Tata. Nicht Timon und nicht Kummer. Wir brauchen Holz. Das ganz viel. Wir holen uns Holz. Holz, Holz, Holz. Woher? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich müsste ich mir einen Schlafpilz machen. Aber nicht mit denen. Oder? Zum Schlafpilz. Das wäre schon eigentlich schon gerne. Hört auf zu meckern. Seid froh, dass wir noch hier sind. Oh, nicht mehr lange. Wie lange? Das weiß ich noch nicht. Der Köter, der nervt. Das weiß ich noch nicht. Du hast ihn nicht schlagen. Muhahahahaha. Muhahaha. 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 Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist viel besser, ey. Das sind so ganz süß. Mö, mö, mö. Mö, mö. Mö, mö, mö. Mö, mö, mö. Ich hab auch schon einmal drauf. Wir haben eigentlich genug Material. Wenn man hier schon aufhören und für die nächste Woche nichts machen. Aber so bin ich nicht. Ich hab keine neue Thumbnails. Kann hier machen. Thumbnails. Kann ich jetzt selber herstellen. Da werde ich glaube auch mal schauen. Das ist ein schönes mit Logo und Industrie-Kraft. Und hast du nicht gesehen. Und mit Powerflames eingezogen. Fuck off! Du pissiger Creeper. Ich bin froh, dass ich eine Rüstung anhabe. Sonst würdest du deine Eltern nicht mehr kommen. Der hat eigentlich gar nicht abgezogen. Nicht irgendwie, ja herzen, aber nicht rüstungmäßig oder so. Ich weiß ja nicht, wie die... Wiesst du dir einen Schaden nehmen? Ich weiß nicht, wie die einen Schaden nehmen. Ich weiß nicht, wie der Baum schon sein. Oder man. ich habe ich auch ein jetzt habe ich nur ein apfel welchen anbeißer wie ein apple die machen sich jetzt auch nackig die bäume offenbar weil ich habe nicht eigentlich was vor das ist denn eigentlich da also das ja ja auch die äpfel und hast du nicht gesehen so die äpfel sind nach unten sein kollegen geschlagen sondern was umgezahlt hahahaha hahaha 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 hahahaha haja die übrigens mal wieder zu dispar also gleich die tage um der ich mit dem reinen erst mal paar kä EA面 messenger das heißt ich muss sind das bieter auf jeden fall voll haben kloppig erst mal damit dass sie schnell mit um es zu machen und eins ist fertig der politik noch fleißig trug big pack dazu schmeißen um um der zwingen verband bambus verbrennen lofos er haut auch schnell aus sind aber noch weniger die haben nur 100 oder 80 oder so das zuckerrohr hat 120 jetzt weiß ich welche meine produktion damit reingehangen weil die waren so schnell am produzieren als ich meine ganzen 500 fälle abgebaut habe 500 x 2 sind 1000 bevor er die abputzen alle hier rüber geschickt hat der die schon abgebaut hat und nachgewachsen den technischen abgebaut das glaubt kein arsch der die reingepackt abgebaut das ist wahnsinn kohle das ab nach oben um lalala ich habe noch drei Brote. Holz. Ich könnte eigentlich eine Kiste jetzt auch für Holz machen. So ein Doppelchest. Nur für Holz. Weil das nicht mehr viel. Und Bretter auch noch weg. Und ab ins Loch. Uff. Win damit. Ja, ich brauche mehr Platz. Bin ich erstmal so frei. Holz. 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 Gegenholz. Bretter. Raberwut. 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 Juckt. Juckt. Äpfel. Fleisch. Zeug ich eigentlich noch essen wieder. Tori. Fleisch. Hier rein. Warte denn. Das andere Fleisch. Da. Noch Holz. Happa. Happa. Holzi holzi. Schlafi schlafi machen. Und das gebacken krieg ich da mein Ding voll zu machen. Ah, das reicht nicht. Das reicht nicht. Jetzt muss ich ein bisschen Kohle opfern. Dann reicht das. La 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 la. Was machen wir in der Zeit? Der lädt auch. Also gehen wir nach Penn? Oder? Weil ich muss das jetzt irgendwie ausharren. Refined Eisen. Wie viel wo Refined Eisen brauche ich denn? Beziehungsweise ich brauche 55 von den Dinger, ne? Ja. Aber ich brauche Refined Eisen auch 55 mal einzeln. Das ist selten Problem. Zack. Den einen hier rein. 55. Könnte ich die ersten Boxen machen. Dann mache ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann mache ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Stück. Da rein. Sticky Pissen, du bist mir doch einer. Wie soll ich mehr aus dir rausbekommen? Ich brauche mehr Sticky Pissen. Fünf glaube ich. Ich schaue mir eben nach aus, was ich noch Sticky Pissen gewinnen kann. Bis gleich für euch ein kurzer Schnitt, neue Folge. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.